So Leute, Bitcoin hatte gerade einen Pullback und viele Leute machen sich jetzt Sorgen, ob wir wieder umdrehen und dann doch noch weiter nach unten gehen werden. Im heutigen Video werden wir uns also darüber unterhalten, warum wir gerade diesen Pullback sehen. Im Übrigen sieht man auch, dass die orangen Linie hier gerade versucht den Bitcoin-Preis oben zu halten. Wir sprechen also über den Grund und ob ich denke, dass wir noch weiter nach unten gehen werden. Und natürlich haben wir dann auch noch ganz viele andere wichtige Charts und Informationen, über die ihr auf dem Laufenden bleiben solltet. Und deshalb, ich würde sagen, bleibt auf jeden Fall vom Anfang bis zum Ende dran. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns auch direkt mal loslegen. Genauso wie ich vorhin schon im Intro gesagt habe, auf dem 4-Stunden-Chart kann man jetzt sehen, dass wir einen, ja ich würde sagen, schon ordentlichen Pullback gehabt haben. Warum? Naja, tatsächlich haben wir das gesehen genau zu dem Zeitpunkt, als die CME Bitcoin Futures in den Vereinigten Staaten geöffnet hatten. Schaut mal hier, bei der 15-Minuten-Kerze kann man das ganz gut sehen. Die Institutionen haben damit angefangen Bitcoin zu dumpen und das hat dann wiederum diesen kurzfristigen Abwärtstrend für Bitcoin ausgelöst. Okay, wie man jetzt hier auf jeden Fall sehen kann, befinden wir uns auf dem 1-Stunden-Chart und finden gerade Unterstützung bei dieser orangenen Linie. Und wenn diese Linie uns nicht halten sollte, dann ist das eine Sache, die wir bereits wissen sollten, aber wir haben massive Unterstützung innerhalb der orangenen Box bei 63.700 Dollar. Glaub ich, unter Abwägung aller Wahrscheinlichkeiten, dass wir tiefer als 63.700 gehen werden? Naja, oder sagen wir besser zwischen 63.700 und 63.000 Dollar. Ich denke, unter Abwägung aller Wahrscheinlichkeiten, dass diese orangenen Box den Bitcoin-Preis oben halten sollte, sollten wir weiter nach unten gehen. Solltet ihr also jetzt in diesem Moment Bitcoin verkaufen, falls ihr daran glaubt, dass wir hier innerhalb dieser orangenen Box Unterstützung finden, naja, wir sind momentan gerade mal noch 1,2% davon entfernt. Was mich betrifft, ich verkaufe also absolut keine Bitcoin. Mein Standpunkt ist momentan, dass jeder Pullback, jeder Dip für Bitcoin zum Kaufen gedacht ist, weil wir eine massive Tsunami-Welle haben, die irgendwann früher oder später auf die Märkte treffen wird, was Bitcoin zu viel höheren Preisen sprengen wird. Aber da werde ich gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Auf dem 2-Tage-Chart kann man jetzt sehen, dass wir es nicht geschafft haben, nach oben zu gehen und eine komplette Kerze überhalb dieser Trend-Diene zu schließen. Und ich habe euch auch gestern davor gewarnt, dass in der Vergangenheit, wenn wir über die orangenen Linie gegangen sind, dass wir zwar einen Push in Richtung höherer Preise gehabt haben, dass wir dann allerdings öfter wieder nach unten gegangen sind. Das ist zweimal in der Geschichte passiert. Hier hatten wir diese kleinen Fake-Outs, sind dann allerdings wieder nach unten gegangen. Hier, genau das Gleiche. Und auch jetzt habe ich euch, oder gestern habe ich euch davor gewarnt, schaut mal, wir müssen über diese Linie bleiben, weil wir haben es in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass wir darüber gewesen sind, dann allerdings wieder nach unten gegangen sind. Glaube ich jetzt, dass wir wieder bis nach unten zu dieser Trend-Linie bei 50.000 Dollar gehen werden? Ganz ehrlich, glaube ich nicht. Ich glaube in diesem Fall, okay, klar, wir haben diesen Pullback. Ich glaube allerdings, dass wir höhere Preise sehen werden und zwar nicht erst in ein paar Monaten, sondern schon relativ schnell. Bei den traditionellen Märkten, schaut mal hier, da kann man sehen, die laufen eigentlich immer noch super gut. Also wir gehen schon mal nicht wegen der traditionellen Märkte oder irgendetwas anderem nach unten. Deshalb, ich würde sagen, wir haben jetzt schon über die Institutionen gesprochen, die Bitcoin-Dumpen, weil als die CME-Futures geöffnet sind, das Bitcoin nach unten gegangen ist. Aber wenn man sich mal die Menge an Hebel anschaut, die wir momentan am Markt haben, dann befinden wir uns momentan bei 19,1 Milliarden Dollar an Open Interest. Was ist das? Das ist vereinfacht gesagt die Menge an Hebel, wie viele Positionen momentan gehebelt sind. Und das sind 19 Milliarden Dollar. Seit März 2024 sind wir über 18 Milliarden Dollar erst sechs Mal gewesen. Also sechs Mal. Und jedes einzelne Mal sind wir nach oben gegangen. Wir sind über diese 18 Milliarden Dollar gegangen. Und ja, das war oft so ein kleines lokales Topf für Bitcoin. Das in Lila ist nämlich der Bitcoin-Preis und das Gelbe, das ist das Open Interest so. Und jedes Mal, wenn wir über 18 Milliarden Dollar gewesen sind, was bedeutet, dass wir extrem hohe Hebel im Markt gehabt haben, dann sehen wir normalerweise immer einen gewissen Pullback. Das hat jetzt natürlich auch zu einer gewissen Angst am Markt gesorgt. Aber genauso wie ich die ganze Zeit immer wieder gesagt habe, ich denke, jeder einzelne Dip ist zum Kaufen gedacht. Das ist meine Strategie. Das ist das, worauf ich momentan beharre. Und jetzt lasst uns nochmal über etwas anderes sprechen. Ich habe nämlich einen riesen Tsunami erwähnt, der auf die Märkte treffen wird. Und das fängt gerade in diesem Moment an. Der chinesische Aktienmarkt ist 6% heute gestiegen und 18% in 5 Tagen. Der Beijing 50 Index hat Intraday mal eben 15% gemacht. Dann eine Billion chinesische Yuan in 30 Minuten getradet. Mit Makler sind 24-7 geöffnet, um Einzelhandel-Tradern entgegenzunehmen. Dann das Handelsministerium sagt, dass die Effizienz der Politik verbessert wird. Und die chinesischen Broker crashen einfach aufgrund des hohen Traffic. Alles fühlt sich genauso an wie 2020. Liquidität trifft also momentan auf die Märkte. Es fängt in China an. Es wird sich im Rest der Welt fortsetzen. Und genau deshalb sage ich euch, Leute. Selbst wenn wir kurzfristig nach unten gehen sollten. Selbst wenn der Bitcoin-Preis weiter nach unten geht. Es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis wir wieder nach oben gehen. Aufgrund dieser riesen Welle an Liquidität. Nichts kann diese Liquidität stoppen. Ja, das ist einfach wirklich eine großartige Sache. Außerdem, wenn wir uns jetzt mal etwas näher die Altcoin-Situation anschauen. Dann kann man sehen, dass wir in diesem Oktober immer noch richtig große Unlocks bei diesen ganzen Token haben. Im Oktober zum Beispiel haben wir einfach mal eben 115 Millionen Dollar von Sui. Zeta-Chain, die haben 38,6 Millionen. Immutable-Ex auch 60 Millionen Dollar. Aptos am 11. Oktober 100 Millionen fast. Und das Ganze geht weiter und weiter und weiter. Sehr, sehr viele Token haben sehr, sehr große Unlocks. Und weil wir momentan noch nicht so in der Phase sind, wo der Bullenmarkt extrem krass losläuft. Wir sind zwar in einem Bullenmarkt, aber wir sind noch in der frühen Phase. Und genau deshalb glaube ich, dass diese Altcoins, wenn es nicht genug Käufer für diese Altcoins gibt, dann wird es auf jeden Fall den Preis negativ beeinflussen. Bei Altcoins sollten wir also immer noch vorsichtig sein. Wir sind halt noch nicht in der Phase, wo alle Altcoins komplett parabolisch laufen werden. Sofort. Wir werden diese Phase haben. Klar, sicher, später. Aber jetzt gerade sollten wir etwas selektiver umgehen mit den Altcoins, die wir kaufen und mit denen, die wir nicht kaufen werden. Aber ich werde in der Zukunft auch auf jeden Fall etwas mehr darauf eingehen. Deshalb, falls ihr das nicht verpassen möchtet, abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert auch die Glocke. Und außerdem gab es auch relativ viel Spekulationen darum, wann FTX mit den Distributionen anfangen wird. Ich glaube, das sollten ja fast 17 Milliarden Dollar sein. Und auf jeden Fall haben wir jetzt mittlerweile die offizielle Bestätigung bekommen, dass am 7. Oktober die letzte Gerichtseinhöhung für diesen Reorganisationsplan stattfinden wird. Danach könnte man möglicherweise sehen, dass sie beginnen werden, die Gelder für die ganzen Kleinanleger auszuzahlen. Und zwar erst einmal bis 50.000 Dollar. Das bedeutet, für alle, die sich Twitter und YouTube angeschaut haben und die gehört haben, dass die Leute schon ihr ganzes Geld bekommen haben, ich kann euch schon mal sagen, dass das nicht der Fall ist. Hundertprozentig nicht. Wir müssen erst einmal noch diesen ganzen Prozess durchlaufen. Aber es wird passieren und es wird auch die Märkte pumpen. Das ist also absolut fantastisch. Ein weiterer Grund, warum wir momentan etwas Skepsis bei einigen Leuten sehen, das ist momentan der Bitcoin-4-Greed-Index, weil der steht momentan wieder bei Greed. Viele Leute sind also momentan extrem gierig. Viele Leute sind kurzfristig bullish auf Bitcoin. Und was ich jetzt darüber sagen würde, ist das Gleiche, was ich eigentlich die ganze Zeit gesagt habe. Wir werden riesen Liquidität haben, die den Markt betreten wird. Deshalb macht euch nicht zu viel Gedanken um diese kurzfristigen Preisbewegungen. Wir können gerade sehen, okay, diese rote Kerze, die geht momentan auf die orangen Linie. Vielleicht gehen wir sogar zur orangenen Box. Ich würde sogar denken, dass wir da höchstwahrscheinlich Unterstützung finden werden. Vielleicht gehen wir auch weiter darunter. Aber jeder einzelne Dip, Leute, jeder einzelne Dip ist meiner Meinung nach zum Kaufen da. Das ist das, was ich persönlich mache. Und wir werden mal abwarten und schauen, ob das, ja, okay, nicht, ob das profitabel sein wird, weil da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann würde ich sagen, falls ihr noch die besten Einstellungsmoni bekommen möchtet, könnt ihr bis zu 30.000 Dollar auf Bybit bekommen, bis zu 60.000 Dollar auf OKEx und bis zu 40.000 Dollar auf BitCat. Deshalb schaut euch das Ganze auf jeden Fall mal an. Aivo, da gibt es einen gratis 300-Dollar-Trade mit meinem Link. Schaut euch das auch unbedingt mal an. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.